Das Berlin der 80er Jahre. Der Kalte Krieg. Mittendrin ein junger westdeutscher Journalist, der von der Stasi geheime Informationen erhält. Ein junger Mann, der der Verführung des Erfolges erliegt. Als Opfer und Täter zugleich. Doch die Mauer bröckelt und alles wird anders. Absender Ost-Berlin. Der neue Roman von Thomas Pohl. Untertitelung des ZDF, 2020